hallo hier ist wieder mit xy einfach melzi jetzt geht es weiter mit scat machine wir haben den alten sack hier abgeliefert der immer so gemacht hat jetzt bin ich ja dummerweise doch hier hochgefahren was ich überhaupt nicht gebracht habe und da hinten dummerweise runtergefallen jetzt wird es schon wieder dunkel okay wir müssen mal mit materialien herkommen also mit früchten und so ich habe jetzt keine überlast kurz was ist das so schnell Nein, doch, wollen wir nicht da hoch. Okay, ich wollte die jetzt eh lenken. Warum mache ich das so? Aber ich werde es noch ein bisschen umändern müssen, ich werde es dann so machen, dass es anbauen kann. Vielleicht findet man noch mal hier links was. Okay. Okay. Da? Den da? Ist der da? Ist es der da? Okay. In der Nacht sieht man das Auto, wenn nicht ein Wasser. So. Ich dachte, ich werde nicht vorfahren. Was ist das da oben? Uh! Ich hab meinen Kopf eingehauen. Okay. Und dann fahren wir zurück. Ich weiß nicht, was das uns bringt. Aber ich hab da irgendwo nochmal so einen Männchen gefunden, oder? Na, vielleicht ist hier auch nochmal so eins. Zumindest sind hier Gegner. Oh, wir können doch nochmal hier reingucken. So, ich find mal was interessantes. Das will ich haben. Du bist mein... Du trägst meinen Namen. Du trägst meinen Namen. Du trägst meinen Namen. Nee, lieber nicht. Da würde keiner reisen. Außer ich. Weil ich es kann. Oh! Das hat schonmal gelohnt. Wir machen den ja erstmal kaputt. Oder damit. Ich hab die Geräusche verklemmt. Oh! Das ist weg. Ich hab mir gedacht, was da kommen die Geräusche... Ich hab mir gedacht, was da kommen die Geräusche da sind. Ah, das ist ja total verklemmt. Man muss ja sagen. So, was will ich denn damit, ey? Huch, ich hab mich ja fast erschreckt. Okay. Ich hab mich nicht mehr. Ja, ich hab mich nicht mehr. Okay, ich hab mich auch. Doppel Doppel Door Natürlich ist es wieder alles düster 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 So, wie kommen wir jetzt wieder hier hoch? Hmm... So ein netziger Weg nach wie bei der Openbahn, oder? 4 Adam 2 2 participar Ich höre Vielen Dank o Na, ich bin selbst am Spunkstepp. Jetzt sagt nichts, hier oben ist nichts. Doch hier. Und die Batterie. Wieso nicht? Okay. Aber nur wegen der Batterie. Double Double Door. Nein. Das ist mein Auto. Das ist mein Auto. Okay, weiter hin. Mal von hier oben, gleich mal gucken. Aber sieh hin, oder? Hier ist eigentlich nichts. Ah, dann liegen wir. Ne, eigentlich nicht. Kann man eigentlich weiterfahren. Das hier liegen außer die alten Säcke rum. So wie ich. Ne, okay. Okay, mal wieder runter. Okay, das war ein Speicherzettel. Da muss man auch was vergessen. Okay. Ah, vielleicht ein bisschen zu weit. Mach mal nur Mühe. Ah. Hm. Komm mal. Okay. Okay. Hallo. 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 Strom sparen. Da braucht man eigentlich gar nicht. Das geht an. Wurde nicht um die Lampen. Okay. So. Ja. 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 Nein. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Jetzt fährt er wieder von Alena los Da haben wir noch einen Sorry, ich hab keine Uwe Wo ist der Arm? Ich hab keine Uwe Ich hab keine Uwe So Wollen wir den Arme nochmal suchen oder? Nee, ist aber nicht reingefallen Mit der Arm Fertig 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 So, beim nächsten gucken wir ja mal ein bisschen Euter am Euter rumspülen. Das klingt verwerch. Was ist das da? Das ist mein eigenes Auto. Oh du kriegst. Da haben wir noch einen. Da haben wir mehr. Wumms. So, kommt mal her. Wer ist denn noch? Woher geht das? Okay. Wir haben nötliche Rahmen dran, oder? Oh, oh, oh. Okay. Okay. Oh man, 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 man. Nochmal mit der Hand gemacht. So. Da haben wir ein bisschen Kuh. Das wird ekelhaft. Wo ist der Arm? Da haben wir was. Das ganz schön Arm ab. Da hin oder dahin? Hat er noch irgendwo Schaden? Eigentlich nicht. Okay. 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 Und noch einer. Genau. Schrocken jetzt. Wie wei, ich brauche eine Schürze. das klingt auch schon so probadio, probadio wo ist der nächste ok nee, auf mein auto hauen oh, wo bist du ok, wo ist er jetzt denn okay oh, hi now Das ist noch gut, ist es? Eigentlich nicht, oder? Hat er guter Schaden genommen? Sieht nicht aus, oder? Nö, ok, weiter gehts. So, bei der schönen Aussicht machen wir aber erstmal Schluss. Wir sehen uns beim nächsten Teil. Das war's, erstmal euer Melzi, bye bye.